Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Trends. In diesem Video wollen wir uns den Dyson V11 Absolut kabellosen Staubsauger näher anschauen. Um herauszufinden ob dieser Staubsauger von Dyson der richtige für dich ist, solltest du dranbleiben und das Video bis zum Ende schauen. Wenn du auf der Suche nach einem der besten kabellosen Staubsauger auf dem Markt bist und du dafür auch gern etwas mehr bezahlst, dann solltest du dir den Dyson V11 Absolut genauer ansehen. Dieser ultra starke Stiel-Staubsauger wird der kabellosen Staubsauger-Reihe des Unternehmens mit seiner starken Saugkraft, seinen fortschrittlichen Funktionen und einer Reinigungszeit von bis zu 60 Minuten mehr als gerecht. Der V11 verfügt über dasselbe Grunddesign wie der V10 Cyclone, wobei der Behälter parallel zum Stiel angeordnet ist, um die Saugleistung zu maximieren. Es gibt drei Reinigungseinstellungen, darunter einen Automatikmodus für die verbesserte Motorbarbodendüse, sowie einen leistungsstarken Digitalmotor. Dyson behauptet, dass der V11 eine doppelt so hohe Saugleistung wie herkömmliche kabellose Staubsauger am Saugkopf erreicht. Dem kann man nur schwer widersprechen, denn der Staubsauger ist hocheffektiv und die beiden mitgelieferten Motorbodendüsen können extrem viel Reinigungskraft entwickeln. Der V11 ist außerdem mit einer intelligenten Technologie ausgestattet, die die Saugleistung an die Art des Bodens anpasst, sodass der V11 immer leicht zu schieben ist, ohne dass die Saugkraft darunter leidet. Wie man es von einem kabellosen High-End-Staubsauger erwartet, verfügt der V11 über zahlreiche fortschrittliche Funktionen. Ein LCD-Display zeigt den aktuellen Modus und die verbleibende Akkulaufzeit des Staubsaugers an. Der V11 Absolut ist außerdem mit Dysons hervorragender Softroller-Elektrobürste für Hartböden, einem HEPA-Filter und einer Mini-Elektrobürste ausgestattet, mit der du Tierhaare und tiefsitzenden Schmutz aus Polstermöbeln entfernen kannst. Die Akkulaufzeit ist bei kabellosen Staubsaugern immer ein wichtiger Faktor, der Dyson V11 hält jedoch bis zu 60 Minuten auf der niedrigsten Leistungsstufe durch. Wahrscheinlich wirst du für die meisten Aufgaben die mittlere Einstellung verwenden wollen, was die Akkulaufzeit verkürzt, aber der Staubsauger bietet immer noch genug Laufzeit, um einen Durchschnittshaushalt zu reinigen. Es gibt auch einen Boost-Modus für den Fall, dass du einmal mehr Saugkraft benötigst, der allerdings die Laufzeit auf 12 Minuten reduziert. Die gute Nachricht ist, dass dies immer noch fast die doppelte Laufzeit des V10 Cyclon auf der höchsten Stufe ist und der Auto-Power-Modus bietet eine ausreichende Sauglöstung für die meisten Arbeiten. Dyson gibt an, dass der Akku für eine vollständige Aufladung 4,5 Stunden benötigt, obwohl nach unserer Erfahrung etwas weniger Zeit benötigt wird. Am wichtigsten ist jedoch, dass der V11 absolut eine hervorragende Reinigungsleistung bietet. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieses Modell die Messlatte für alle kabellosen Staubsauger hochlegt, da er auf allen Arten von Böden und Verschmutzungen extrem effektiv saugt. Insbesondere die Motorbar-Bodendüse eignet sich hervorragend für die Reinigung von Tierhaaren und die Entfernung von Schmutz aus Teppichen. Die Elektrodüse mit Softwalze eignet sich hervorragend für Hartböden, während der V11 im Handstaubsaugermodus in Verbindung mit der Mini-Elektrobürste für die Reinigung von Treppen und Autos nützlich ist. Das Design und die Leistung dieses Staubsaugers haben keine wirklichen Nachteile, aber der Preis dürfte für viele abschreckend wirken. Außerdem muss man beim Reinigen den Auslöser gedrückt halten, was manche Leute als lästig oder ermüdend empfinden. Wir halten den Dyson V11 absolut dennoch für einen der besten kabellosen Staubsauger, die derzeit erhältlich sind. Er ist unglaublich leistungsstark und effektiv und es macht einfach Spaß ihn zu benutzen. Bei Amazon erreicht der Dyson V11 absolut eine Kundenzufriedenheit von 4,2 von 5 möglichen Sternen bei über 460 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 700 Euro. Das war's mit unserem Video über den Dyson V11 absolut. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Dyson V11 absolut zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Staubsauger von Dyson haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust.